Willkommen zum Epoch Times Podcast Nr. 304 mit dem Thema Kritik an Sondervollmacht der Bundesregierung SPD, unsere Verfassung kennt keine Konferenz der Ministerpräsidenten Im Bundestag wächst der Unmut über eine spürbare Zunahme von Vollmachten über die Bundesregierung im Zuge der Corona-Krise mit Erlassen und Verordnungen und ohne Debatten im Parlament zu regieren Zitat Seit nunmehr fast einem Dreivierteljahr erlässt die Regierung in Bund, Ländern und Kommunen Verordnungen, die in einer noch nie dagewesenen Art und Weise im Nachkriegsdeutschland die Freiheiten der Menschen beschränkt, ohne dass auch nur einmal ein gewähltes Parlament darüber abgestimmt hat, sagte der SPD-Rechts-Experte Florian Post zu Bild Post kritisierte zudem die Treffen der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten der Länder Im Übrigen möchte ich in aller Deutlichkeit darauf hinweisen, dass unsere Verfassung keine Konferenz der Ministerpräsidenten kennt Auch die Ergebnisse der Konferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder ist in unserer Verfassung nicht als gesetzgeberisches Organ vorgesehen Unter diesem Titel wurden uns gewählten Abgeordneten am Mittwoch um 22.43 Und weiter Es gehe hier nicht um die unstrittige Notwendigkeit von Maßnahmen Es geht darum, dass die gewählten Parlamente, also die Legislative gefragt und eingebunden wird und nicht ein exekutiver Regime etabliert wird, deren Entscheidungen niemand mehr in Frage stellt Zitat Ende Kubicki warnte vor Beschädigung der Demokratie Und weiter Es ist die Aufgabe des Parlaments, wesentliche Entscheidungen zu treffen und nicht die Aufgabe von Regierungsmitgliedern Fügte der FDP-Politiker hinzu Konkret nannte Kubicki die Diskussion über eine Abriegelung von Corona-Hotspots Das Grundgesetz gilt auch während einer Pandemie Das Abriegeln ganzer Ortschaften ist so absurd, dass man es gar nicht diskutieren sollte Zitat Ende Hintergrund sind nicht nur Sondervollmachten für Bundesgesundheitsminister Jens Spahn im Rahmen der epidemiologischen Lage sondern etwa auch andere Gesetze, in denen derzeit Ermächtigungsvollmachten für die Bundesregierung festgeschrieben werden Es geht um die Infrastruktur, nicht um die Gesundheit des Einzelnen Der Rechtswissenschaftler Prof. Dr. Thorsten Kingren kritisierte bereits in seiner Stellungnahme vom 2. September Man scheint sich allmählich an die Gesetzgebung durch ministerielle Notverordnungen zu gewöhnen Zitat Ende Er hatte im Rahmen einer Anhörung als geladener Einzelsachverständiger gegenüber dem Bundestag Stellung zu der Frage genommen ob die epidemische Lage von nationaler Tragweite beendet werden könne Die Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite durch den Deutschen Bundestag nach § 5 Absatz 1 Satz 1 Infektionsschutzgesetz setze eine systemische Gefahr für die öffentliche Gesundheit das heißt für die Gesundheitsinfrastrukturen und damit für die Versorgung der Bevölkerung voraus Bezugspunkt seien nicht die Gefahren, die dem Einzelnen durch eine Krankheit drohen Öffentliche Gesundheit ist also ein kollektives Rechtsgut das von der individuellen Gesundheit zu unterscheiden ist, erklärt der Fachmann Es gehe um die Infrastrukturen des Gesundheitswesens und nicht um den Einzelnen Zum Zeitpunkt, als das Gesetz am 25. März 2020 beschlossen wurde sei die Gefahr für die öffentliche Gesundheit gegeben gewesen Die Befürchtungen, dass in Deutschland nicht mehr genügend medizinisch geschultes Personal und medizinische Güter zur Verfügung stehen könnten um die Epidemie zu bewältigen ohne andere notwendige Gesundheitsleistungen zu vernachlässigen seien damals real gewesen Zitat Daher lautet seine Einschätzung Beachtung fand seine fachkundige Einschätzung in der Bundestagsdebatte am 17. September jedoch nicht Auch die Anmerkung, dass der Landtag von Nordrhein-Westfalen die Feststellung der epidemischen Lage von landesweiter Tragweite über den 14. Juni 2020 hinaus nicht verlängert habe, fand keine Erwähnung Zitat Mit Hinweis auf die in Nordrhein-Westfalen geltenden Regelungen Der Feststellungsbeschluss nach § 5 Absatz 1 Satz 1 Infektionsschutzgesetz gelte hingegen grundsätzlich so lange wie seine gesetzlichen Grundlagen Das führe dazu, dass nicht mehr zeitlich engmaschig geprüft werde, ob sich die tatsächlichen Voraussetzungen geändert haben Insoweit nimmt Kingreen Bezug auf Artikel 80 Grundgesetz Darin heißt es im ersten Absatz Durch Gesetz können die Bundesregierung, ein Bundesminister oder die Landesregierungen ermächtigt werden, Rechtsverordnungen zu erlassen Dabei müssen Inhalt, Zweck und Ausmaß der erteilten Ermächtigung im Gesetze bestimmt werden Die Rechtsgrundlage ist in der Verordnung anzugeben Ist durch Gesetz vorgesehen, dass eine Ermächtigung weiter übertragen werden kann, so bedarf es zur Übertragung der Ermächtigung einer Rechtsverordnung Artikel 80 Grundgesetz sollte der Ermächtigungsgesetzgebung einen Riegel vorschieben und eine geräuschlose Verlagerung der Rechtssetzungsmacht auf die Exekutive sowie die damit verbundene Veränderung des Verfassungssystems verhindern Das Parlament dürfe sich aus diesem Grunde, so das Bundesverfassungsgericht nicht durch eine Blankoermächtigung an die Exekutive seiner Verantwortung für die Gesetzgebung entledigen und damit selbst entmachten Das Bundesverfassungsgericht sei sogar so weit gegangen Das in einer Rechtsverordnung niemals originärer politischer Gestaltungswille der Exekutive zum Ausdruck kommen dürfe, heißt es in der rechtlichen Expertise weiter Schon jetzt gebe es auf der Grundlage von § 5 Absatz 2 Satz 1 Infektionsschutzgesetz eine ausschweifende Nebengesetzgebung, die dazu führt, dass man nicht mehr sicher sein kann, ob das im Hauptgesetz geregelte tatsächlich gilt Diese Verlagerung grundrechtswesentlicher Entscheidungsbefugnisse auf eine gesetzlich nicht angeleitete Exekutive werde nicht nur von den wissenschaftlichen Diensten des Deutschen Bundestages, sondern fast einhellig im rechtswissenschaftlichen Schrifttum für verfassungswidrig gehalten Dennoch sei sie in der Öffentlichkeit weitaus weniger wahrgenommen worden, als die Grundrechtseingriffe durch Ausgangs- und Kontaktsperren Zitat Dabei verschieben die Rechtsverordnungsermächtigungen die Achsen der horizontalen Gewaltenbalance, die durch das Demokratie- und das Rechtsstaatsprinzip ausgeformt werden, erheblich Zitat Ende Sie schwäche vor allem die Opposition im Bundestag, die dadurch von der Krisengesetzgebung ausgeschlossen werde Zitat Und hier eine Buchempfehlung von Epoch Times Krankheiten wie Covid-19, Katastrophen und seltsame Naturereignisse machen den Menschen aufmerksam Etwas läuft schief Es läuft tatsächlich etwas sehr schief Die Gesellschaft folgt, verblendet vom Gespenst des Kommunismus, einem gefährlichen Weg Es ist der Kampf zwischen dem Guten und dem Bösen, zwischen dem Göttlichen und dem Teuflischen, die in jedem Menschen wohnen Dieses Buch schafft Klarheit über die verworrenen Geheimnisse der Gezeiten der Geschichte Die Masken und Formen, die das Böse anwendet, um unsere Welt zu manipulieren Und es zeigt einen Ausweg Chinas Griff nach der Weltherrschaft wird im 18. Kapitel des Buches »Wie der Teufel die Welt beherrscht« analysiert Jetzt bestellen! Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich zum Sonderpreis von 50,50 Euro im Epoch Times Onlineshop »Wie der Teufel die Welt beherrscht« untersucht auf insgesamt 1.008 Seiten historische Trends und die Entwicklung von Jahrhunderten aus einer neuen Perspektive Die Autoren analysieren, wie der Teufel unsere Welt in verschiedenen Masken und mit raffinierten Mitteln besetzt und manipuliert hat Gewundenes Buch, alle drei Bände für 50,50 Euro, kostenloser Versand innerhalb Deutschlands Hörbuch und E-Book um 43 Euro Weitere Bestellmöglichkeiten bei Amazon.de oder shop.epochtimes.de sowie E-Mail unter bücher-at-epoch-times.de Das Hörbuch gibt es zudem auf allen gängigen Streaming-Plattformen zum Download wie iTunes, Google Play, Spotify sowie Audible etc.